der hype ist real hier ist die nintendo switch mit einer hand nur gezeigt aber geunboxt wird es hier heute viel mache ich da nicht man hat schon einiges gesehen aber ein unboxing dazu wird jetzt kommen hinten noch mal drauf geguckt und jetzt nur ein paar anleitung aber jetzt kommen auf dass wir auf dass wir aber ordentlich wie das frustrieren kann das ding nicht aufregt gesehen hat das im real life zu sehen raus damit und die ganzen papier graben die handgelenkschlaufe boah wisst ihr geil ist das unboxing aber man kann es nicht gut sehen handgelenkschlaufe richtig geil nintendo switch important information das ist hier eine anleitung ich bin ein richtig geiler anboxer hdmi kabel netzteil muss ich jetzt nicht wäre auch kein vollständiges unboxing wenn ich es nicht mache und jetzt das heilige joycon group wisst ihr wie ich wirklich alles hin halte und meine hose zeigt aber joycon group das group da schieben wir sie dann rein und die docken station kommt raus und öffnet ihren glanz ist ein bisschen schwerer als ich gedacht habe ich bin so gehypt aber zwei usb ports aber so wie ich zeigen kann so was nicht denn jetzt kommt der hauptteil der hauptteil und zwar die sachen auf die man sich gefreut hat auf die joycon mögen klein sein aber die stecken wir dann da dran joycon links nice und da traue ich mich nicht das kaputt zu machen aber ich wurde es natürlich heraus für euch das tablet man kann mich sehen nintendo switch hier ist der stick und es ist ein scheiß anboxen man sieht wieder mich und ich stecke sie da natürlich dran oder ich habe sie anbox und ich zeige dann mal wie das geht aber nicht jetzt ich habe sie auf jeden fall mal anbox damit ihr seht dass ich sie habe wir sehen uns bis zum nächsten mal und schau